Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Elvip. Wir stehen in Norg als Ninja Level 41 und machen die erste AF Quest. Und die Freischalt Quest war ja die Story um das kleine Mädchen und ihre Mutter, wo die Mutter gestorben ist, glaube ich, bei der Geburt war das, und die ihr das Grantana, ihrer Mutter, bekommen hat. Ayame und Kaede hieß, glaube ich, die Quest. Ayame ist ja eine Wache in Bastog, glaube ich, oder so ein bisschen musketieren. Und Kaede ist die Schwester. Und der kannte, glaube ich, die Mutter. Bei dem gibt es jetzt die nächste Quest. Die heißt 20 in Pirate Years. Get out of my... Hey, wait, you're the lady that helped out in Zetsu a while back. Tell me, how are Ayaya and little Kaede doing these days? Ah, but enough of this small talk. I heard from my colleagues that these past few months you have been practicing the way of the ninja. If this is true, I'd like to ask you a favor. A few weeks back, a scroll dating back more than 20 years was found. I need your help in deciphering it. What is written on the scroll? Ninjas aren't supposed to ask questions. Just follow their orders. But to tell you the truth, even I don't have any clue what this scroll could be about. You should probably start off by heading to Bastog and seeing if Katika Kagetora in the Tenchouro has any leads. Okay, dann gehen wir nach Port Bastog. Können wir ja gleich teleportieren. So, Bastog und Port Bastog. Dann müssen wir ins Warehouse 2 gehen. Okay. 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 So, da sind wir. Warehouse 2. Und da ist auch Kagetora. What do you mean? Ryoma sent you? He wants to know about that old scroll we found nearly two decades ago? Why me? Ryoma knows I don't want to deal with that guy anymore. Oh, well, listen up. It all started 20 years ago. This is what you were looking for, right? Just where the ancient writings said it would be. Damn, you are good, Yomi. How did you... A ninja wouldn't be any good if she went around telling everyone her secrets now, would she? Haha, true. Now, let me get you up to speed on your next job. Have you forgotten already, Kategora? I told you before. I left that this was going to be my last mission. But you were kidding, right? You can't leave us now. No, I was not kidding. If you have any problems with my decision, you can take them up to the Gilgamesh. Hey, what the hell are you doing here? To think that a weasel like that would end up with the hand of the most beautiful woman to ever set foot in Norg... Oh, sorry about that. I got sidetracked. Anyway, that scroll Ryoma wants to decipher is the same one that Yomi used on her final job for Norg. All information on it was lost after Yomi and that insect of a husband of hers moved here. If you want to know any more, try asking Enzetsu. Rough him up a little. And the wimp is sure to spill his guts. Okay. Done. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Dann müssen wir wohl zu Entset zu. Da muss ich hin. Okay. Da ist Kaede und er ist Enzetsu in einem anderen Zimmer. Okay. No. Ah, Albit. Thank you again for all you have done for my family. What? My wife's final job? I can tell you what I know, though it is not much. Our investigation into the contents of that ancient scroll took us to the Altepa Desert region of Sample Island. There, Yomi succeeded in deciphering it. Just a simple ship hand, I remained on the boat during the investigation, though I did happen to get a glimpse of the deciphered scroll. The following words were written. Search out the point in the desert where rations lie stacked one upon another. However, Yomi already traveled to that area and took a trick box that she had found there back to Norg. If you shurn it to that place now, I don't know if you would find anything. Okay. If you have the quest chain active with the... Okay. If you have the quest chain active with the... Eastern Altepa Desert. Waren wir ja noch vor gar nicht all zu langer Zeit. Da... MÖßte ich noch einmal schnell... ...wader hin-warpen. So. Die Quest hat uns auch früher ganz schön einmal durch Vanadil geführt. Als es noch keinen Warp gab. Von Norg nach Bastog ist schon eine Strecke gewesen. Wenn man jetzt kein Magier war und selber teleportieren konnte. Aber selbst da wäre es noch eine Ecke. So, ähm. Ich mache den üblich Weg über der Rude Gartens. Und dann nehmen wir das Buch nach East in der Tapered Desert. Ähm. Das ist gut. Ja. So, wo muss ich denn hin? Das ist bestimmt eingezeichnet. Nein, sonst sind doch die Jobquests immer eingezeichnet. Ähm. Also, dann schauen wir da nochmal hin. Okay. Head to the border of H5, H6. H5, H6. ganz da nach oben. Okay. Das machen wir. Einmal Mount auf. So, da müssen wir richtig sein. Soll ich hier irgendwo ein Fragezeichen zum Anklicken. Ach, da stehe ich direkt vorher. Das ist doch schön. Ähm. Nein. Soll ich hier was... Ja, vielleicht... Obwohl, die sind nicht aggro, glaube ich. Seid ihr aggro? Äh, ihr seid nicht aggro. Dann... Da werde ich hier... Da, 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 da... Ich hab's aber eben angeklickt, schon gehabt. Da sind die Fragezeichen. Okay, die spinnen. Die spinnen, die spinnen. So. Ja, aber das, das soll geschafftbar sein. Ja, aber das, das soll geschafftbar sein. So, eine spinnen Stone, kommt die zweite. Okay. Das war's schon nicht. Dann wollen wir das Fragezeichen nochmal anklicken. Und ich hab eine Trickbox. Und mit der gehe ich jetzt zurück nach Port Bastog. Okay. Äh, ja, sehen wir uns gleich. So, bin zurück jetzt zu. Oh. Yes, this resembles the same Trickbox, that Yomi brought back from Altepa many years ago. But it looks fairly new. What do you think this could mean? Keine Ahnung, aber... Frag war doch, äh, in Org den Ryoma. So, Yomi, ich hab seine Trickbox. What? You found this Trickbox by following Enzetsu's lead? That Weasel is still hiding something. We are going to have to pay your little friend a visit. But you don't have to worry about that. Thanks again. Here's a little something for your trouble. Oh, and stay in touch. And I may have some work, more work for you soon. Okay, yo, das war's dann wohl jetzt erstmal. Ich habe zwei, ähm, Katanas bekommen. Die löste ich jetzt noch schnell aus. Pass den, die Mordraubi, ja, tun sie. Da, 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 da. Das, äh. Anu zu you. Gut. Das macht überhaupt keinen Sinn, die beiden gleichzeitig anzuziehen. Dann ziehe ich die an und bleib hier bei... Mein Lieber. Okay, dann habe ich... Dann habe ich Strange Minus Eins da... Okay, das... Dann habe ich Dex Plus Zwei. Dann nehme ich doch lieber Zuyu. So wie sonst. Oh, Dex habe ich sowieso schon relativ wenig. Dann nehme ich den... Die Hands. Ach, dann gehen wir auf Strange. Genau. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir den, äh, Sushio. Okay. Ähm... Dann... Hör mal schauen. Was habe ich noch? So... Zeug gerade ab. Da ist Dex Plus. Nein. Ach, wird schon passen. So will ist es ja nicht. Zum Level mit den Trusts. Okay. Dann war es das bereits wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.